Hallo und herzlich willkommen hier zu den Crazy Dudes. Wir machen heute ein kleines Pack-Opening. Ich bin der Nick Fried, das ist der Niklas. Und wir starten hier gleich mit dem Pack-Opening. Ich würde sagen, fang einfach an. Ladies first. Ladies first, würde ich sagen. 7500 mit dem... Ne, 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 150 Kiloprohands. Ja, oder 150 Kiloprohands. Deswegen haben wir uns hier auch, ne? Extra investiert hier für die besten Crazy Dudes. Nur das Beste. Für die Dudes von den Dudes. Für die Scheiße, ja. Ja, für die... Was für ein Scheißpack? Ja, halt die Schnauze hunderttausend. Machen wir das mal schnell zum Verein? Schnell zum Verein. Da ist schon mal nichts dabei. Oh, ein Dortmund-Trikot. Ja, das ist nichts wert. Das dritte... Ja, das sieht scheiße aus. Naja, ist halt auch Dortmund, ne? Ja, das ist von der Jungs. Ist auch nicht das Geilste, was es da jedem tut auf der Welt. Abstoßen. Gucken, wer besser zieht. Jeder sieben Packs. Du bist dran. Jeder sieben Packs. Achso, zum Scheiß. Gucken, wer besser zieht. Ja, das ist ja ganz klar. Ich will machen jetzt... Ich habe auch Alaba, das ist... Pass auch nicht verwechseln, ne? Mit Führerpasse. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja nicht so... Okay, wollen wir wirklich... Okay, wollen wir wirklich... Mertens. Mertens, na? Papa Mertens. Soll ich machen? Ja, mach du mal. Du bist halt der Begabtere von uns beiden. Papa Mertens. Auf die Transferliste. Der ist vielleicht ja noch was wert. Toprack. Ja, der Toprack, der ist nicht so... Der ist nicht so... Ist eher so suboptimal als unsere ersten beiden Packs, aber... Aber du hast wirklich schon zwei Nazi gezogen. Entschuldigung. Komm, in die Bälleville FC, in die Bälle... Ja, oh. Ja, muss man so nochmal einstellen, habe ich jetzt gegründet. Achso, erst... Nächstes Pack. Neues Glück. Wir überspringen mal. Ganz tufftig. Oh, ganz tufftig. Oh, und wir haben... Einniger. Ein Glück heute hier. Wir müssen beide ziehen. Bei mir ist das so, in den letzten Packs kriege ich immer etwas Gutes. Und von daher... Haben wir noch ein paar vor uns hier, ne? Ja, wir haben noch elf Stück. Der Rest ist nichts wert. Gut, zum Shop. Dann bin ich mal wieder dran hier. Wir öffnen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach weg hier. Oh, ja. Der Leopold. Wir gucken weg. Leopold der Messias. Und wir gucken weg. Eins, zwei, drei. Oh, nee. Okay. Eins, zwei, drei. Und... Och, kass. Okay. Das hat auch nicht so viel gebracht hier. Oh, hier. Der Graf. Der Graf. Unheilig auch am Start hier. Der Graf. Das ist unsere Überschrift, das Video. Der Graf am Start. Der Graf am Start. Und der Ochs ist auch da. Der Ochse. Der Ochs und der Graf. Jetzt fehlt nur noch Thomas Schaar. Oh Gott. Ihr seid normal. Wir müssen weiterziehen. Ja, das glaube ich auch. Komm, Emma. Das muss doch mal drin sein hier. Rode. Na, immerhin. Können wir... Jürgen. Jürgen. Die alte Socke. Können wir mal vielleicht... Das bringt vielleicht noch ein klein bisschen. Der Rest. Der alte Kleensmann. Der Jürgen. Die alte Socke. Naja, so optimal sind die Pätschers noch nicht. Aber Younger & Beaver. Ja, der ist kurian. Younger & Beaver. Kurian. Das ist ein farbiger. Voll pigmentiert. Wie man so schaut. Farbiger. Voll pigmentiert. Zum Shop. 7.000 von mir. Jetzt wäre Alaba wieder hier. Aber wir nehmen das recht. Immer wenn ich ihn mit ihm öffne, ziehe ich nur Scheiße. Dann bringe ich mich mal vor da auf. Harte auf. Aber das ist jetzt mit mir anders. Wir überspringen einfach. Und haben gezogen... Perch. Humberto. Conte. Ah, Conte. Trico Perch. 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 Naja. Naja. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig hier. Wir können noch ein bisschen vor uns. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, das ist aber auch nicht mehr viel. Ach, Pecks. Naja, ein bisschen Korns kann man auch wieder rausfragen. Das ist wohl wahr, ja? Ein paar über. Komm, jetzt Messi. Ich kenne da so einen Trick. Leopold Messias. Du musst. Jetzt ganz schnell. Ganz schnell überspringen. Oh, nee. Oh, Durst. Bas-Dorst. Durst. Durst. Der Alte spasst. Durst. Aber wir haben eine Spieleheilung. Ist das nicht Torf, der Fallschuss-Waffer denn? Manager für Torf brauchen wir ja nicht. Nee. Wieso haben wir keinen Manager? Ja, hat er fast nie. Wenn er es sagt. Wer ist das hier, der Gute? Den kenne ich nicht. Higuain. Ah, ja. Kenne ich doch. Aber so, jetzt als ein Bild hätte ich jetzt gedacht. Kenne ich nicht. So, 150. Machen wir. Oh, oh. Gündogan. Gündogan. Der ist jetzt etwas wert. Ja, 5K. Was macht der? 5K haut den Pack-Preis nicht so ganz wieder rein. Aber. Es ist. Aber immer noch okay. Es ist okay. Ausbauffähig, aber okay. Du wirst, wenn du jetzt schon was kennst. Aber ich hab noch nichts gezogen. Hätte schlimmer sein können. Aber sonst auch nichts. Aber okay, das Pack mit Münzen hätten wir das Pack rausbekommen. Das kann man schon mal so sagen. Das kann man so sagen. Kann man mit dem Pack eigentlich einen Nose Pack machen? Ein was? Einen Nose Pack. Was ist das? Mit der Nase öffnen. Ja, musst du so ganz doll drauflegen. Sicher? Ich glaube schon. Wir machen jetzt einen Nose Pack. Mit der Nase und 150. Ich muss das später alles desinfizieren. Hier. Bei der Nase extra gereinigt. Ja, wahrscheinlich. Pass auf, jetzt kommt der Heilige mit. Ndoje. Oh, Seneca. Santiago Bernabeu. Das ist doch ein schönes. Ein Tüfte-Stadion ist das. Diese Schnee-Animation im Hintergrund war ja geil. Wer das gesehen hat. So viel Schnee liegt hier hinten. Nee, so viel Schnee liegt hier. Eigentlich gar nichts. Eher über Schwimmung. Das ist ja eher feucht-fröhlich. Aber das ist ja auch schön. Oh, wir haben schon 20.000 Coins. Können wir sogar später noch ein bisschen Coins öffnen. Dem Roboter. Wie viele öffnen wir jetzt heute in dieser Aufnahme noch? Erstmal nur die FIFA-Fürze. Okay. Oh Gott. 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 Also irgendwie letztes Jahr gab es aber, bei FIFA-Fürze gab es dann, hatte ich doch mehr Flücke irgendwie. Da hatte ich auch mal mehr seltene Spieler, alle hier. Ich gebe auch leider keine guten Special-Packs. Köln-Trikot. For the win. Das sieht aber scheiße aus. Grün und blau. Alle abstoßen. Ja. Ist ja nichts. Wenn er das sagt, dann sagt er das. Können natürlich auch so ein tuftes Silber-Fürer-Premium-Set öffnen. Ja, machen wir. Das ist Geld zum Auswerten. Ja. Jeder jetzt noch. Ja, jetzt noch zwei Packs. Ja, Penetration. Ja, Penetration. Das bringt's. Oh, na. Der ist kacke. Borja Valera. Der ist kacke. Valero. Das ist mein Gewitz. Rolf. Rolf ist aufstatt. Arolfe? Arolfe. Ein östlicher Gefährte. Ein Weggefährte. Oh, wir haben Coins. Hier, Mützen. Mützen, Mützen, Mützen. 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 2.000. So. Reiß mich. Das ist jetzt. Ja, das kommt weg. Ja? Ja. 25 Stunden. Dann bin ich jetzt mal wieder dran hier, würde ich sagen. Zum Schab. 7.500. Und... Ach nee. Ups. Und 2, 3, 2, 1. Und... DePay. DePay, der hat wenigstens Tempo. Und das ist ja auch schon was wir... Tempo, Tempo, Tempo. Sorry schon. Das ist das, was zählt später. Mensch. Ja, ein kleiner Gruß an unseren Freund Vincent Präger. Vincent Präger, hallo. Vincent... Äh... Ne, den nehmen wir aber nicht drauf dran. Kenner, sowas musst du... Wenn du hier Messie drauf hast und auf dem Pack auch Messie... Ja? Dann ziehst du immer was Gutes. Dann ist das was Gutes. Dann ist das was Gutes. Ja, hab ich mal gehört. Mhm. Guck mal, jetzt ist ja die Zeit da ein paar Methoden hoch. Guck hier. Jetzt kommt hier die Methode. Und wenn das jetzt klappt, liebe Freunde, dann verkaufen wir jetzt ganz los. Dann laden wir das Video nicht hoch, sondern wir verkaufen diese Methode einfach. Und wir haben Maximgesch. Ideal. Es hätte nicht besser sein können. Oh, ja, schnack mal. Die gibt Fuß. Die gibt ordentlich Fuß, mein Junge. Die gibt ordentlich Fuß. Tili. 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 So, sowas berauschen ist das jetzt mal. Ah, Trikot von... Bulgars. ...Mensch. Klapper. So, mein Junge. Du kannst jetzt nochmal alles raushauen. Achso, in den letzten Video raussehe ich gerade. Ja. Was erblickt mein müdes Auge dort? Ähm... Trau mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Tili. Tili. 150. Okay. Es hätte besser laufen können, aber... Schade. Schade. Das war doch nicht ganz so erfolgreich. Da haben wir wieder ein bisschen was rausgedonnert. Hat EA uns wieder was getrollt? Haben wir uns? Hat EA uns wieder getrollt? Ja. Ich geh noch einmal die Spieler. Hier mal zu. Gündogan, Hans Depay und den Jürgen natürlich hier. Jürgen, ja Jürgen. Aber Jürgen, der bringt das eigentlich alles wieder raus. Weil Jürgen ist schon... Naja... ... ziemlich wertvoll. Doch, es ist schon ein guter. Ja. Bisschen. Bisschen haben wir jetzt auch. Also... Gündogan ist schon noch okay. Gündogan. Hier haben wir im Verein noch die Spieler einmal hier. Aus den... Geschenksets, die wir gekriegt haben. Aus den 500k-Werts. Einen in Form. Ja? Ja, wir haben jetzt was für einen. Amuna... Amuna... Amuna Matata oder wie? Amuna Matata. T.S. Segen. Mein alter Freund, ein Kupferstecher hier. Wollt mal und ist... ...17k-Wert. Ja, echt? Ja. Aber die können wir nicht verkaufen, oder? Nee, die sind alles... Ärgerlich, sag ich da mal. Wanyama hier, unser genialischer Freund. Wanyama, Wanyama. Und das war's. Ja, und das war's. Und dann... Irgendwas sagen, oder? Wir hoffen, ist er dort trotzdem gefallen. Ja. Hätten natürlich gehofft, wir hätten ein bisschen was Besseres gezogen, ne? Aber... Es hat nie sollen sein, liebe Freunde. Für mehr Pack-Openings... Abonnieren. Abonnieren. Daumen nach oben. Und für Verbesserungsfrustung. Genau, konstruktive Kritik, alles in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und würden sagen, bis dahin, bleibt dran, macht's gut, ach was macht's besser, in diesem Sinne. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü